Ne, von denen krieg ich auch nichts. Aber mit nur zwei Schiffen ist das so blöd. Na egal, ich muss jetzt erstmal retten. Hier geht's noch und da halbwegs noch. Na denn, ich glaub ich jetzt, geht nicht anders. Oh scheiße, hier wird schon ein Erwägungsfortschritt, da auch. Ah, schneller! Schnell, ich muss was unternehmen, so geht das nicht. Ach, das ist sogar eine Kolonie, oh. Na, das krieg ich hin. So, alliierten Reparatur, schnell mal heilen. Da hinten werden welche, so. Einmal den Sammelruf bitte machen. Hey! Und dann mal schnell fertig machen. Wo seid ihr? Scheiß Viecher. Da, na denn. Sterben, ihr müsst sterben. Stirb jetzt. So, der wäre tot, jetzt haben wir hier den nächsten. Stirb mal, kleiner, stirb doch. Verrecke, verrecke. Und jetzt komm du her. So, ebenfalls tot. Wieder gerettet. Oder gibt's hier noch Probleme? Es ist jetzt kein Zeit für Gerede. Hier, hier fliegt noch irgendwo etwas rum. Ich seh aber nichts. Doch, da hinten am ganzen, ganz, ganz am Rand fliegt noch was rum. Wollen wir da mal hingehen und Hallo sagen. So, ihr verdammten Schweine. Ich seh das überhaupt nicht ein. Ich finde das lustig, ich nicht. verteidigen und töten, 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 töten. So, jetzt wieder alles gut. Na, läuft doch. 12.000, weg damit. So. Ne, das Geld kann ich mir grad nicht holen. Und der Fortschritt, Eroberungsfortschritt geht wieder zurück. Finde das begehrte Lama. Ja, Happy Birthday, grad nicht so. So, Probleme, Probleme, Probleme. Wo? Was und warum? Irgendwas war hier doch. Ich trau dem Ganzen nicht, aber okay, egal. So. Einmal uns alle bitte schnell wieder reparieren. Handelt ihr vielleicht mit euch was gut? Nein. Okay. So, und jetzt Marder suchen. Marder und eine Einheit. Ja, warte, hier haben wir doch gleich einen kleinen Planeten namens du. Dem sind wir verbindet. Vielleicht können wir da ja ein bisschen was holen. So, guten Tag, guten Tag, guten Tag. So, Hallöle. Hallöle. Diplomatie, bekomme ich ein Schiff? Ich danke dir. Handelst du mit den Gewürzen? Nein, dann halt nicht. So, ein Schiff haben wir. Boah, aber ein zweites. Vielleicht kriege ich von denen jetzt das nächste. Hoffe ich jedenfalls. Hallöle, Hallöle. Diplomatie. Nein, ihr könnt mir kein Schiff geben. Verdammt. Und handeln könnt ihr auch nur schlecht. Das ist übel. Ach, Mist, wen habe ich denn noch? Und bei den Fulbern war ich schon. Von den Kars habe ich gerade was geholt. Marder? Habe ich von den Mardern ein Schiff? Weiß ich nicht. Muss ich mal gucken. Ey, Marder. Ey, Marder. Komm mal her. Äh, Diplomatie. Aha, und schon haben wir ein Schiff. So, vier Stück. Vorher hatten wir, glaube ich, nur drei. Glaube ich. Bin mir nicht sicher. So. Jetzt läuft hier halbwegs alles wieder. Jetzt muss ich aber schnell mal eben nach... Obwohl, warte. Ich kann ja erstmal... Wo waren die denn? Hier waren die. So, Hallihalöchen. Ähm... Pass mal auf. Ihr kommt mal her. Handeln. Ähm, pass mal auf. Ich hätte gern exakt hiervon nochmal... Zwei Stück, bitte. Dankeschön. So, dann einmal kurz nach Hause und heilen, bitte. So. Zack, auch wenn es jetzt nur Mini-Bruchteile sind, trotzdem will ich aufgeladen werden. Und danach geht's munter weiter und wir holen uns das nächste. Und zwar sind das die hier. Das sind die einzigen auch hier in der Nähe, die noch irgendwas besetzt haben. Alter Schwede. Du, diese Flatterminne haben sich hier aber ordentlich ausgebreitet, war? Das sehe ich nicht ein. Müssen wir wohl ein bisschen Druck machen. So, jetzt... Ich will das hier haben, aber ganz schnell. Das geht nämlich so nicht weiter. Auch wenn es die zwei Gewürze sind. Ich brauche das jetzt. Na, lass uns da hingehen. Ich will die Gewürze jetzt haben. So. Alliierten, versammeln und Sammelruf. Und Angriff. Töten. So, wann war noch welche? Da fliegen noch welche rum. Wir suchen jetzt erst alle Raumschiffe und zerstören sie auch. Ganz, ganz fristgerecht. Stirb. So. Das wäre auch erledigt. Da kommt doch noch einer. Von hinten irgendwo. Ach da. Stirb. So. Scheiße, schon wieder ist ein Alliierter weg. Das geht doch gar nicht mehr. Flix. So. Ach, die Flattermänner waren hier sogar als erstes. Na denn. Kaputt machen. Ich will das jetzt haben. Und es gehört mir. Na komm. Ist doch nur ein Ding. Ne, genau. Ach, meine Fresse. Wird das noch was? Jetzt haben wir es kaputt gemacht. Naja, egal. So. Ich wollte den Planeten zwar haben, aber so will ich ihn auch nicht. So, dann lass uns das hier holen. Dann soll sich irgendeiner meiner Freunde hier breit machen. Da habe ich kein Problem mit. So. Hinten gab es noch Geld. Ich weiß. Das hole ich mir dann mal schnell. Zack, 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 zack. Da hinten sogar. Komm mal her. Geld. So, da hinten gibt es noch mehr Geld. Hauptsache, wir haben die Flattermänner hier vertreten. Da sind wir nämlich ein bisschen zu nah bei mir. Wo ist denn hier noch was? Ach, da hinten. Direkt in dem Ding. War es das? Das war es. So. Und 192.000? Ja, das konnte ich ein bisschen sehen lassen. So, der Planet ist unbeansprucht. Lydor. Wer auch immer da hin möchte, Hauptsache, das ist einer meiner Freunde. Bitte sehr. Gerne, gerne, gerne. So, ich glaube, ich hatte irgendwo Warnmeldung oder so. Nee, hatte ich nicht. Okay, aber mir fehlt wieder ein Verbündeter, ne? Das ist es. Ähm. Wer fehlt denn? Guck mal, aus welchem Reich die kommen, sagt er mir auch nicht, ne? Wäre ja eigentlich ganz toll, wenn er es für nichts ist da stehen würde. Hm. Von denen haben wir was. Das weiß ich. Von denen, glaube ich, auch. Von denen sowieso. Was ist denn mit denen? Vielleicht mit unseren Pinkies hier unten irgendwo. Da, vielleicht bei den Glees. Vielleicht kriege ich von denen noch ein paar Benütten. Das weiß ich nicht. Muss ich ein bisschen gucken. So. Hallöchen. Willst du mir Diplomatie? Nee, von euch habe ich kein Schiff. Na gut. Handeln tut ihr. Ja, für 20.000 weg damit. So, na schön. Okay, auch nicht die schönsten und besten, aber naja. Kann auch nicht alles haben. So, kriege ich dann auch gleich plus die Gewürze? Nee. Müssen wir jetzt reingehen. So. Unteranspruch, unteranspruch. Die haben noch keine Gewürze. Schade. Ach, ich glaube, das ist sogar die, die ich gerade erst geholt habe. Mensch, ich kann euch alles verlangen. So. Dann mal hier hin. Blaue Gewürze. Und da gibt es noch 100 Euro. Ja, 10 von 10. Siehste. Siehste, es geht doch. So, dann haben wir hier. Noch die gelben, Ben. Die hätte ich auch ganz gerne. Kannst mir auch mal gleich abgeben. 5 von 10. Naja, ist okay. Braucht halt ein bisschen länger. Ist alles in Ordnung. Haben wir hier hinten noch welche? Oh, Sim. Das sind die, äh, Pinken. Die Pinken kannst du mir gerne geben. Oh, die haben ja nun nicht mal was, ey. Das sind Schweine. Die haben ja nun nicht mal was produziert, ha? Haben die keine Fabrik mehr? Naja, muss ich nochmal gucken gehen später. Hier haben wir noch eine Kolonie. Silko. Voll. Herr damit. Plötzlich ein Stück. Na ja, da können wir ein bisschen was rausholen. Ähm. Da muss ich auch nochmal hin, glaube ich. Bei denen war ich auch noch nicht. Bei Scooter? Skulter, ne? Wie heißt das? Äh, Skula. Achso, okay. Bei denen war ich, glaube ich, schon. Die haben nämlich nichts mehr. Ähm. Okay. Okay. Das gehört jetzt mir. Das heißt, wir gehen erstmal hier hin und holen uns hier erstmal die Gewürze ab. So, 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 so. Fünf von denen und dann noch fünf rote, bitte. Herzlichen Dank. Und dann mal schnell wieder weg hier. Und dann haben wir noch irgendwo irgendwas gehabt. Da hatten wir noch welche. Die holen wir uns auch noch schnell. Wir werden gleich wieder angegriffen. Ich weiß es. Ja, unser letzter Angriff von Feinden. Wir müssen ein bisschen her. Das heißt, gleich kriegen wir wieder Besuch. Hon, hon, hon. So, dann haben wir hier hinten noch zwei Kolonien. Aber die fördern eh nichts. Aber die hier hinten. Egal, was es ist. Es kann nützlich sein. So, geht mal her. Hoi. So, siehste. Fünf von fünf Gelbe. So, na läuft doch. Und dann auf dem Rückweg können wir gerne bei ein paar Freunden halten. Äh, nehmen wir uns doch zuerst mal die hier vor. Vielleicht zahlen die ja für irgendwas ziemlich gut. Wir haben jetzt ein paar Gewürze hier zu auswahlen, ne? Ha, ha, ha. So, Hallöchen. Handeln eventuell. Äh, nö, 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 nö. Oh, 16.000 für die. Weg damit. Das ist immer gut. So, die sind wir los. Die roten. Wenigstens etwas. So, Simulipe. Wie sieht's denn bei euch aus? Zahlt ihr für irgendwas denn sehr, sehr schön? Ne, nicht wirklich. Aber vielleicht habt ihr gute Angebote. Mega-Geschütze will ich nicht so gerne. Oder interessiert mich nicht wirklich. Nur ne Bombe? Naja, Schild. Schützt dein Schiff kurzzeitig vor Schaden. Ja, kurzzeitig. Super. Kühlschrankstrahl. Och, ne. Das sind nicht so tolle Sachen. Ich will schon Mega-Waffen. Ähm. Vielleicht bei denen nochmal nachfangen. Oder waren das... Ne, bei denen waren wir schon. Bei denen waren wir jetzt auch offiziell schon. Da, bei den Zivilitoren. Hießen die echt so? Zivilitoren. Haha, ich bin gut. Vielleicht wollen die ja was haben. Handeln. 18.000 kriegst du. Kriegst du, kriegst du, kriegst du. So. Große Gesundheit. Erhöhnt die Gesundheitskapazität eines Raumschiffs. Gib her. Hätte ich ganz gerne. Ah, einfache Frachtraum. Nee, Zufriedenheit, Realität, Gewürzlager, Vulkan, Kühlschrank, Eiskommel, Asteroidenrufbutton. Alles keine Waffen. Nee. Ich hätte gern schon ein paar Waffen. Wen haben wir denn noch? Wieder Ziviliatoren, Dingens, Fuzzis, Fiecher da. Sind das nicht Marder? Jermina, das sind doch hier die Marder. Vielleicht können wir ja bei denen wieder ein bisschen was holen. Hey, Leute. Wie sieht's denn aus? Hallöchen. Handeln. Zehntausend? Naja, da krieg ich besser das. Habt ihr vielleicht was Gutes? Gewürzlager, Trockenzeit, Meteoriten, Getreidekreise, Gehirnwäsche, Kreaturen, Mini-Glückstrahl, Schwerengenerator, Eisturm, Kühlschrank, Reparaturset. Nö, 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 nö. Nein, da ist nix. Na gut. Bei denen war ich schon. Aber bei unseren Glee-Freunden noch nicht. Es ging nicht auch so eine Sendung, die auch Super RTL mal lief? Ich glaub, die gibt's auch, oder? Oh Gott, oh Gott. So, 12.000. Dann bestimmt mal irgendwie noch mehr rausschlagen, oder? Trockenzeit, Meteoriten, aber keine wirklichen tollen, super, mega schönen Waffen. Nicht im geringsten. Und genau das ist das, was ich brauche. Oh, warte, vielleicht krieg ich aber von denen noch Verbündeten. Wieso frage ich denn da nicht nach? Mir fehlt nur noch ein Platz. Meine Güter. Dome, du musst doch fragen. Hallo, Wulis, Diplomatie. Nö, nö, ein Schiff krieg ich von denen nicht. Verflixt. Hm. Dem kann ich noch nachfragen. Diese Molipe hab ich schon. Uhra, Dana. Vielleicht kann ich über den einfach mal nachfragen. Vielleicht haben die ja was für mich. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. So, Hallöchen, Hallöchen. Handel. Die Zeit läuft auch nur 10.000. Naja, dann komm mal weg. Ähm, Alliiertenreparatur nehme ich eine mal mit. Interstellare Antriebschen. Interessiert mich nicht. Zufriedenheit. Nö, 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 nö. Und Diplomatie. Oh, ich hab' ich auch schon ein Schiff. Oh, 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 oh. Wer wird? Ihr und ihr. Skula kann sich am ehesten schützen. Wir gehen denen helfen. Das geht's doch nicht mal halbwegs gut. Naja, egal. Kriegen wir schon was hin. Ach Gottchen, ach Gottchen, ach Gottchen. So, feindliche UFOs greifen uns an. Na denn mal schnell. Na denn mal schnell. So, einmal die Nummer. Und dann ganz schnell dahin. Das sind die Flattermänner. Ich hab's geahnt. So, tot, tot. Oh, das sind gute. Gute Hilfe. Nicht zerstören. So, kann ich überhaupt meine eigenen Leute angreifen? Ich glaub, das geht noch nicht mal. Oh, so. Jetzt. Alter. Die haben den Planeten, ich glaub's nicht. Die haben den Planeten schon wieder. Ne, nicht mit mir. Jetzt ist es eine Invasion oder was? Ich glaub nicht. Ich glaube nicht. Ich will das wieder haben. Wow. Wow, wow, wow. Weg, 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 weg. Wow, wow, wow. Was war denn das grad für ein Angriff? Alter. Alter. Scheißendreck. Was war denn das grad für ein Angriff? Jetzt mal ernsthaft. Scheiße. Schnell, gib mir einen Verbündeten. Schneller, schneller, schneller. Hallöchen. Hi, Diplomatie. Gib mir dein Schiff. Alter. Scheiße, scheiße. Ich muss mich beeilen. Aber jetzt ganz fix. Ne, von euch. Hier, Simulipe, gib mir eins von euren Schiffen noch. Wenigstens zwei oder drei Schiffe brauche ich schon. Alter, kann doch nicht angehen, ey. So ein Dreck. Diplomatie, gib mir ein Schiff. Danke, tschüss. Oh Gott, ey, nee. Wir hatten hier noch irgendwo welche. Die hier, von denen kann ich auch noch eins kriegen und dann ist gut. Oder hab ich von denen? Nee, von denen hab ich noch keins. Oh, hey, schnell. Hallo. Guten Tag, Diplomatie, Schiff. Danke, tschüss. Scheißen, Drecker. So, jetzt schnell nach unten. Nein. Haben sie es geschafft, oder was? Oh, nee, die haben es geschafft. Den gehört schon wieder Skula. So, jetzt reicht es mir ehrlich lustig. Das wird jetzt echt ein bisschen lustig hier. Äh, mache die geheimnisvollen Grocks aus, finde ich. Wie, schon wieder? Nö. So. Langsam wird mir das ein bisschen zu bunt. Viecher wollen es also auf die harte Tour, okay? Gott, können sie haben. Ich hätte gerne einen Marder. Wo sind die hier in der Nähe? Äh, da. So, Freunde. Dann, gebt mir bitte ein Schiff von euch. Hallöchen. Diplomatie, kriege ich ein Schiff? Vielen Dank. So, Handel, habt ihr irgendwas, was ich brauche? Schnell, 7000. Ja, komm, hau weg. So, hab ich hier ein bisschen Geld. Eissturm, nichts, was ich brauche? Nein, 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 nein. Kühlschrank, Stahl, Meteorik, Nageltrockenzeiten? Nein, nein, Kolonie, nein, 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 nein. Habt keine Waffen, verflixt. Oh, 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 oh. Na gut. Sie wollten es so haben. Wie sieht es denn jetzt bei mir aus? Ich habe eigentlich noch alles, was ich brauche, ne? Leute, wollen wir? Wir sind voll ausgerüstet, dann den Lows. Ich will das wieder haben. Her damit! Ich will wieder, was mir gehört. Das ist jetzt langsam lustig genug hier. Ich finde es schon ätzend. Angriff! Zerstören! So, allen geht es prächtig. Ach, guck mal, die sausen gleich alle zur Stadt hier. Umbringen! Und umbringen! Und die nächsten umbringen! Tötet die Golga! So, jetzt gibt es nur noch die Stadt und die holen wir uns gleich. Zuerst haben wir nicht genau jetzt das Geld an. Dankeschön! Einmal nochmal danke. Und hier hinten haben wir noch was. Ob ich vielleicht sogar gleich auf die Raubzüge genug Geld bekommen, um die ganzen Planeten gleich zu versiegeln quasi? Hm, gute Frage. So, ich gehe wieder hin. Waffen. So, Leute. Minibombe und Tschüss. Und es gehört uns. Her damit, aber ganz schnell. Erobere 15 Systeme. Konquistador. Juhu! Plakette bekommen. Oder Auszeichnung. Oder was auch immer das ist. So, her damit. Dankeschön! So. Und nun? Danke für nichts. Wenn du schon bei diesem hübschen Flugapparat hast, könntest du ihn hin und wieder auch dazu verwenden, uns Hilfe zu leisten. Was willst du denn? Ich habe euch doch gerettet, ihr Schweine. So habt ihr bessere Waffen für mich. Bitte, bitte sagt ja. Schild. Den brauche ich aber nicht. Hm. Mega Impuls. Alliierten Reparatur. Antimaterie. Antimaterie Rakete. Die will ich haben. Das kleine Sachen? Oh Gott. Alliierten Reparatur. Mega Impuls. Den kannst du mir auch abgeben. Wir geben jetzt Geld aus. Schild. Was ist denn das? Sie mega geschützt. Sovielheitsverstärker. Einfacher Frachtraum. Distellare Antrieb. Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Nur eine Bombe oder Schild? Na, dann gib mir den Schild. So. Jetzt geht es uns auch schon besser. So. Jetzt gehört uns auch endlich das Ding hier wieder. Puh. Das hat aber gedauert. So. Noch irgendwo Krisen? Nein. Gut. Dann erstmal nach Hause aufladen. Leute wegen Gewürzen abklappern. Und dann erobern und handeln. Hallöchen. Her damit, her damit. So. Meine Posten abklappern, bitte. So. Rote Gewürze. Her damit. Danke. Und die nächsten. Pass auf. Skula. War ich da nicht gerade? Hatten die jetzt was oder nicht? Die hatten nichts. Okay. Dann wieder raus. Nee, kannst doch gleich wieder raus. Raus, raus, raus. So. Hier waren wir nicht. Da holen wir uns was gerade. So dann erstmal hier hin. Und erstmal von den beiden Sachen ein paar Gewürze schnappen. Hier haben wir eins. Hier haben wir auch nur eins. Puh. Alles ein bisschen dürftig, aber egal. So. Haben wir schon was ausgegeben. Ich brauche aber auch wieder ein bisschen mehr Geld. Hihi. So. Hi, Leute. Eins von fünf. Herzlichen Dank. So was vielleicht wie ein Gewürz. Huf, dass du auf einmal, zack, alle Gewürze gleich bekommst, wie du brauchst. Das war irgendwie super praktisch, finde ich. Also ich fände das ja echt super, super praktisch. So. 3,25 hätten wir. Dann. Die fördern nichts. Weil wir da ein bisschen Scheiße gebaut haben mit dem Planeten. Ist doch jetzt auch egal. So. Eins bekommen. Da kommen wir. Dann lass uns mal weiter gucken. Hier hin. Ich glaube, bei dem war ich noch nicht Urania, ne? Schnell mal hier hin. Zack, 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 zack. Flieg, flieg, flieg. Flieg wie ein Vogel. Hübscher Vogel übrigens. Ne, da war ich schon. Verdammt. Okay. Dann jetzt die Kollegen hier unten. Die erst einmal. So. Da ist nix. Hier kriegen wir auch nix. Die haben noch nix. Ist mir passiert. Oh. Das hat uns aber gehört. Ach, das wollten wir wiederholen. Stimmt. Ich erinnere mich. Das wollten wir wiederholen. Hier gibt's auch noch nix. Ey, Leute. Könnt ihr mal anfangen zu fördern? Oder habt ihr alle... Die haben alle keine Fabriken mehr. Daran wird's liegen, wa? Oh. Deshalb wahrscheinlich. Okay, aber die fördern immerhin. Okay. Okay, das erklärt einiges. Na, dann wollen wir jetzt hier erstmal ein bisschen basteln. Und dann... Nehmen wir jetzt das Geld, was wir haben. Und bauen erstmal die ganzen Planeten wieder auf. Puh, die ganzen Kolonien. So, einmal hier hin. Ich glaube, ihr habt einfach nicht mehr viel, ne? Hi! Natürlich, alles zerstört. War ja ganz klar. So, aber vielleicht könnt ihr ja ein bisschen gut handeln. Oh, 22.000. Oh, oh, oh. Her damit. 14.000. Ne. So, jetzt aufbauen. So. Einmal Verteidigung. Nochmal Verteidigung. Eine Fabrik. Ein Unterhaltungsgebäude. Und ein Häuschen. Und... Noch ein Häuschen. Was ist denn da eigentlich? Die sind alle zerstört, ne? Da kann man nicht mehr viel aufbauen. Eine Fabrik hätte ich ganz gern. Die bringt hier nicht viel. Hier würde das auch nichts bringen. Da würde das auch was bringen. So. Das müsste jetzt erstmal reichen. Ne, damit geht's der Stadt auch wieder ganz gut, oder? Oder, oder? Na, wie gut geht's in der Stadt dann? Wenn ich das nicht feststelle. So. Na, passt schon. So. Ein bisschen rumfummeln und gucken und... Äh... Egal. So, Leute. Einmal nach Hause und dann hätte ich gern Sim wieder. Ich hätte nämlich hier gern dieses... Rote Kreisel-Ding da gerne nicht mehr. Das stört mich da so ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Hallöchen! Hi! Aufladen, bitte. Dankeschön. So, wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Wir können Sim locker einnehmen. Wir müssen es nur versuchen. Wir müssen es nur versuchen. Uns geht's nämlich eigentlich auch ziemlich gut. So, jetzt holt euch den Planeten Sim zurück. So läuft das nämlich nicht. So, die werden uns gleich alle auf einmal angreifen. Das ist aber genau das, was ich möchte. Zack. Zack. Und go! Töten! Töten! So. Den haben wir noch. Hier hinten fliegt noch wer rum. Wie lange hält denn mein Schild? Ist ja geil. Oh Gott, ey. Ich muss ein bisschen... Wieso geht denn das nicht? Wieso kann ich ihn nicht angreifen? So ne Alve geht doch. Ich darf mich hier beschießen, Mensch. Alli hat ne Reparatur. Töten! Wo sind die alle? Ich seh die gar nicht mehr. Sind das alle? Alle Flatterviecher. Sehr schön. Ich hab ein Schild. So. Okay, ich geb zu. Der Schild ist nett. So. Ah, Leute. Nur ne Bombe. Ist ja nur ne Bombe, ne? Schnell. Na? Wollt ihr? Ach, ihr wollt schon aufgeben. Okay. Dann wollen wir noch welche. Und nochmal. Nur ne Bombe. Achtung. Näher hin. Ziehen wir mal ein bisschen besser. Und her damit. Her damit. gut. So, eins. Ach, das Spiel ist echt super. Jetzt muss ich hier allerdings auch noch ausbauen. Sonst krieg ich hier noch Probleme. Zim ist mitten in einem Verteidigungsfeld, was nicht ganz so toll ist. So, ein Häuschen hätte ich gerne. Unterhaltungsgebäude. Trinkt eine Fabrik. Noch ärzt sich leid, noch eine Fabrik. Noch ein Unterhaltungsgebäude. Noch ein Haus. Noch ein Verteidigungsapparat. So, das Ding haben wir gesichert. Jetzt die andere Kolonie hier, Stadt, was auch immer. Nein! Was mache ich denn da? Nicht zerstören. Meine Güte, ey. Was ist denn das eigentlich? Oh Gott, das sind die Viecher? Das sind deren... Naja. Egal, mir geht's dann ums Geld. So. Hier noch ein. Hier noch so ein Ding. Hier noch so ein Ding. Fabrik wäre ganz nett. Noch ein Haus. Unterhaltungsgebäude. Noch eine Fabrik. Äh, nehmen wir noch ein Geschütz auf der Seite. Na. Noch ein Geschütz auf der Seite. Äh, Terrace kurz um mich, Terrace kurz um mich, Terrace kurz um mich. Na gut. So. Wie sieht's aus mit Handeln? Seid ihr da... Oh, 11.000 will ich mich gerne an. Weg damit! Und von mir aus auch 12.000. Hau weg. So. Sehr schön. Damit gehört uns wieder Zim. Ach, schön. Sehr schön. So. Damit hätten wir uns jetzt hier weiter ausgebaut. Das reicht mir aber noch lange nicht. Hier sind Gute, da sind Böse. Die müssten wir uns auch noch schnappen. Machen wir aber... Ich weiß nicht. Pass mal auf. Ich lad mich jetzt mal kurz auf und dann schnapp ich mir die nächste... Obwohl... Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ne, komm, ich mach jetzt eine Aufnahme-Pause. So. Gut. Wir sind auf dem Heimatplaneten und jetzt machen wir Schluss. So. Puh. Wir haben eine Menge geschafft, finde ich. Wir haben ein paar Systeme erobert. Ein bisschen ausgebreitet. Gefahren ein bisschen eingedämmt und unser Schiff ordentlich geupgradet. Ich denke, das läuft und ich denke, mit der Taktik machen wir weiter. Und dann schaffen wir es auch ganz, ganz schnell, die Weltraumphase zu beenden und Spore siegreich zu verlassen als Weltmacht. Mwahaha. Okay, Galaxie macht. So. Müssten wir ihn kriegen. Alles klar. Dann würde ich sagen, ich verabschiede mich von euch. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.